Das Urania-Planetarium meldet sich online zurück. Mal wieder müssen wir für mehrere Wochen temporär schließen. In der Zeit wollen wir aber nicht untätig sein und euch aktuelles aus dem Weltall und Blicke an den Sternenhimmel online näher bringen. Und das machen wir heute mit einem Blick an den Sternenhimmel im November. Viel Spaß dabei. Am Sternenhimmel vollzieht sich derzeit der Übergang vom Herbst in den Winter. Doch zunächst ziehen in diesen Nächten zwei Himmelskörper ihre Blicke auf sich, die uns deutlich näher liegen. Die Planeten Jupiter und Mars. Kurz nach Sonnenuntergang ist Jupiter strahlend hell knapp über dem Südwesthorizont zu sehen. Aufgrund seiner außerordentlichen Größe und seiner hellen Wolkenoberfläche strahlt er besonders viel Sonnenlicht zurück. Mars ist deutlich als roter Planet auszumachen und steht nach Sonnenuntergang über dem Osthorizont. Noch können Fernrohrbesitzer Details auf seiner Oberfläche ausmachen. In den nächsten Wochen entfernt er sich rapide von der Erde und seine Sichtbarkeit verschlechtert sich. Mehr zu diesen beiden Planeten haben wir bereits in unseren Webcasts im April berichtet. Schaut dafür in unseren YouTube-Kanal Urania Planetarium Potsdam. Den Hintergrund unserer himmlischen Bühne bilden die Fixsterne. Im Gegensatz zu den Planeten, früher Wandelsterne genannt, bleiben sie für die Dauer eines menschlichen Lebens an ihrem Platz. Hoch über uns prangt in den Abendstunden ein großes Viereck. Das sogenannte Herbstviereck ist eine Hilfsfigur, das der Orientierung dient. Es ist Teil einer berühmten mythologischen Kreatur, des geflügelten Pferdes Pegasus. Pegasus entsprang im griechischen Mythos der Medusa und erlebte mit den Helden Bellerophon und Perseus allerhand Abenteuer. Berühmtheit erlangte in der antiken Sagenwelt die Rettung der Königstochter Andromeda vor dem Meeresungeheuer. Beide, Pegasus und Andromeda, stehen am herbstlichen Sternenhimmel direkt nebeneinander. Diese Gegend ist reich an interessanten astronomischen Objekten. Im Sternbild Pegasus befindet sich der erste entdeckte Exoplanet, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, 51 Pegasi. In einer kommenden Folge werden wir uns ausführlich mit dem Thema Exoplaneten befassen. In der Andromeda fällt an dunklen Standorten ein schwacher Nebelfleck auf. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gingen Forscher davon aus, dieser Spiralnebel wäre Bestandteil unserer Milchstraße. Die moderne Astronomie verriet uns dann, dass diese Art der Spiralnebel eigenständige Sterneninseln außerhalb der Milchstraße sind, die Spiralgalaxien. Die Andromeda-Galaxie ist das am weitesten von uns entfernte Objekt, das wir mit bloßem Auge betrachten können. Ihr Licht ist unglaubliche 2,5 Millionen Jahre bis zur Erde unterwegs. In den Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang ist in den kommenden Tagen die internationale Raumstation ISS am Nachthimmel zu sehen. Sie zieht ihre Kreise in einem niedrigen Orbit um die Erde, circa 400 Kilometer über der Oberfläche. Die ISS bewegt sich innerhalb weniger Minuten von West nach Ost über den Himmel. Als strahlend heller Punkt ohne blinkende Positionslichter können wir sie leicht von einem Flugzeug unterscheiden. Genaue Überflugzeiten gibt es unter www.astroviewer.net. Am Morgenhimmel ist zudem die Venus auffällig. Unser innerer Nachbarplanet zeigt sich in brillantem Licht im Osten kurz vor Sonnenaufgang. In dieser Position wird sie umgangssprachlich Morgenstern genannt, obwohl wir wissen, dass Venus kein Stern ist, sondern ein Planet, der das Licht unserer Sonne reflektiert. Der kleine Merkur gesellt sich vom 6. bis 18. November dazu. Knapp über dem Osthorizont ist er als fahler gelblicher Punkt zu sehen. Eine seltene und vor allem die letzte Gelegenheit, in diesem Jahr den flinken Planeten Merkur zu beobachten. In den nächsten Wochen berichten wir wieder regelmäßig in unserem Webcast über das Weltall. Bis zum nächsten Mal.